Was ist die Frage? 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 Was ist die Frage, wenn wir eben in agile Projektmanagementplanungstechniken gehen? Also ich sehe das nicht so als Widerspruch, wie Sie das jetzt formulieren, aus zwei Gründen. Auch wenn ich Scrum oder agile Methoden mache, habe ich einen Rahmen, in dem ich mich bewegen muss. Auch eine IT-Architektur, Enterprise Architecture Management, ich habe bestimmte Ziele, die ich erreichen will. Ich weiß unter Umständen noch nicht ganz genau, wie mein Ergebnis im Detail aussieht, aber den größeren Rahmen sollte ich schon haben. Also wenn ich Scrum so missverstehe, dass ich all diese Guidelines und Rahmenbedingungen über den Haufen werfe und sage, jeder kann entwickeln, was er will und wie er will. Ich habe das Beispiel letztens diskutiert mit einer Kollegin, die sagte, die haben Scrum eingeführt in einer Firma und dann haben sie den Entwicklern freigestellt, welche Programmiersprache die benutzen. Totaler Wahnsinn. Das ist nicht Scrum, das ist Missverständnis. Das kriege ich nie wieder zusammen. Also ich habe auch bei agilen Projekten bestimmte Rahmenbedingungen, die ich setzen muss und bestimmte grobe Ziele, die ich eben realisieren muss. Insofern, ich sehe das nicht so ganz als entweder oder, sondern wir haben mal auf einer Konferenz in den USA ein wunderschönes Wort gelernt, Water Scrum Fall Projekte. Es ist aus meiner Sicht eine Mischung von beiden. Es gibt sicherlich auch in der IT heute nicht mehr die drei Jahres Riesenprojekte, wo ich mal 20 Millionen verplane und dann mache ich das. Also das habe ich in letzter Zeit kaum noch in der Größenordnung gesehen, sondern auch solche großen Themen versuche ich kleiner zu schneiden, versuche ich kleiner zu machen, schneller zu sein, eben die wesentlichen Dinge schneller auch umzusetzen. Und dann kann ich in dem Rahmen natürlich auch agile Methoden einsetzen und sagen, pass auf, wir wollen ungefähr das, wie das ganz genau aussieht, wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir dann im Laufe des Prozesses uns erarbeiten zusammen. Aber bestimmte Rahmenbedingungen, die kennen wir und an denen muss sich auch so ein Scrum Projekt oder agiles Projekt dann halten und muss sich auch daran ausrichten. Also es ist eine Mischung, glaube ich. Es ist nicht ein Entweder-Oder, ich glaube, dann macht man auch wieder was falsch. Das verstehen, also viele verstehen agil und Scrum eben so, jetzt gibt es keine Regeln mehr, jetzt darf jeder machen, was er will und wir reden ganz viel miteinander. Und dann wird schon was Vernünftiges bei rauskommen. Das ist es nicht. Gut, wenn nicht noch weitere Fragen von Ihnen sind, dann darf. Also die Unsicherheit haben Sie bei allen Projekten. Also das ist schon eine Frage, aber macht man das bewusst, würde ich sagen, nein. Also damit jetzt bewusst mit Fehlschlägen rechnen. Man hofft eigentlich immer oder denkt immer, dass man alles das auch so hinkriegt, wie man es geplant hat. Das ist schon auch der Anspruch. Also ich habe ja vorhin das Pharma-Reispiele-Systeme auch dazu. Die wissen, wenn wir zehn Projekte anfangen, wir haben neun werden wie ein Medikament. Das ist dann so ein bisschen wie bei Venture Capital, die investieren dann in zehn Projekte. Also die planen das schon. Ansonsten dieses Thema Unsicherheit, das ist natürlich ein sehr wertvolles Thema, sich damit zu beschäftigen. Manche Unternehmen kriegen es aber nicht hin, die Systematik. Ich finde eigentlich auch das Wichtigste, wenn Sie einen Punkt in Ihrem Leben leben wollen, über Projekte. Also ich könnte lese die von Tante Marco Behrendt-Hangroh. Das ist wirklich hervorragend zu lesen, sehr lustig. Und er beschreibt genau, was dieses Thema Unsicherheit für Projekte bedeutet. Das ist wirklich, man lacht eigentlich die ganze Zeit. Also in der IT wird es eher nicht so gemacht, dass man sagt, wir starten mal zehn Projekte und eins wird schon durchkommen. Der Anspruch ist eher nicht da, sondern da ist eher der Anspruch, wenn wir starten, zehn und die sollen zehn. Alle zehn sollen rechtzeitig und im Budget fertig werden. Und da wird es so ein bisschen verdrängt, dieses Thema Unsicherheit. Also auch aus einer Management-Sicht, das widerspricht sozusagen dem Management-Anspruch. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist schon nochmal stark verbreitet. Also insofern, in der Pharmaindustrie, glaube ich, ist das ein ganz anderes Thema. Aber jetzt in der IT, da will man den Anspruch oder hat man die Illusion, dass man eben alles steuern kann und alles unter Kontrolle hat. Und deswegen kommt so etwas nicht vor. Eigentlich die Industrie, die das am besten macht und sehr systematisch macht, ist Öl und Gas. Also wenn die sagen, wo wollen wir jetzt, wo stellen wir eine Ölwurflattform hin, die machen das sehr gut und Luft- und Raumfahrt haben. Und IT ist da in der Steinzeit. Gut. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Falls Sie nochmal Fragen haben, hier ist auch meine Mail-Kontakte auf der letzten Seite. Können Sie sich gerne anschreiben. So, jetzt wieder in.